Hallihallo. Ja, es ist wieder Freitag. Es ist wieder Produktvorschau und ich freue mich so. Ich habe nämlich ein paar schöne Schätze euch mitgebracht. Tada! Hier ist mein erstes Set. Dieses besteht aus 37 Teilen Watercolor Maritim Set Nummer 1. Das ist das, was ich euch heute präsentiere. Wir haben wieder zwei gespiegelte Delfine und wir haben einige Muscheln. Die Muscheln habe ich auch von zwei unterschiedlichen Größen gemacht. Nicht wundern, dieses hier ist ohne Rand. In eurem Set ist es natürlich mit einem kleinen weißen Rand. Da hatte ich eins übersehen und habe das dann später noch gemacht. Wollte das jetzt aber trotzdem schon präsentieren. Ja, wir haben hier ein paar. Ich komme nämlich mal ein bisschen näher. Ich muss bloß gucken, dass ihr dann auch wirklich alles drauf habt. So, müsste jetzt, auch wenn ich ein bisschen höher gekommen bin, alles zu sehen sein. Ja, das ist das Maritim Set Nummer 1. Es wird noch einige Maritim Sets geben, aber ich wollte jetzt einfach mal den Sommer schon einläuten. Ja, wir haben einen Anker bei. Wir haben einen Leuchtturm bei. Und ja, auch wenn ihr hierzu irgendwelche Ideen habt, weil ihr den Leuchtturm größer haben wollt oder schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann das immer wieder nur sagen. Ich kann auch eure Bedürfnisse speziell eingehen. Ja, ihr müsst mir nur sagen, was ihr wollt. Dann ist das überhaupt gar kein Problem. Jo. Ich hoffe, ihr konntet alles gut sehen. So, da haben wir den ersten Druckbogen. Denn ich will auch in Zukunft ein paar Wögen anbieten, die ihr euch selber drucken könnt. Ich komme auch hier mal ein bisschen höher. Sekunde. So. Da haben wir neun coole Autos mit einem genialen Vintage-Hintergrund. Also das sind Vintage-Cards. Thema Auto 1. Diese Karten sind sechs mal neun Zentimeter. Das heißt, wenn ihr sie für ATC-Karten verwenden wollt, dann müsst ihr sie einfach nur rechts und links etwas kürzen. Oben ist es genau die Höhe, die ihr braucht für ATC-Karten. Da habe ich schon so ein bisschen drauf geachtet. Ich wollte es aber nicht im Vorfeld gleich an den Rändern kürzen. Denn es kann ja auch sein, dass das jemand auf einer anderen Karte machen möchte. Was ich allerdings bei euren Drucken dann machen werde, ist, dass ich keinen schwarzen Rand machen werde, sondern dass der wegkommt. Es sei denn, ihr schreibt es mir rein. Ihr wollt diesen schwarzen Rand gerne haben. Dann oder ihr schreibt es in den Kommentaren mit rein. Vielleicht pflege ich das in dem Shop aber auch so ein, dass ihr das auswählen könnt. Ob mit oder ohne. Ja. Solltet ihr daran mit anderen Motiven auch Interesse haben, wie mit Blumen oder sowas alles, schreibt mir auch das bitte in die Kommentare. Ich bin auf eure Mitarbeit ein wenig angewiesen, um euch das bieten zu können, was ihr sucht. Ja, das wäre echt super. Damit würdet ihr mir unwahrscheinlich helfen. Also wir würden uns gegenseitig damit helfen. Ich kann eure Wünsche erfüllen und ja, also es ist ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja, und hier kommen wir zum Watercaller Kräuterzauber 1. Das ist jetzt hier, ich hoffe, man kann das vielleicht sogar ein wenig erkennen, auf dem cremefarbenen 300er Cardstock gedruckt. Auch diesen musste ich leider Gottes, bin ich gezwungen gewesen, um 10 Cent den Preis erhöhen. Das liegt aber einfach an den derzeitigen Papierpreisen. Sollten die wieder runter gehen, geht auch der Cardstock wieder im Preis nach unten. Also auch auf sowas könnt ihr euch bei mir verlassen. Ja, hier haben wir jetzt 23 Motive und da ist das höchste mit 5,8 Zentimeter und das von der Höhe das geringste mit 4,3 Zentimeter. Wenn ihr solches Set haben wollt, was größer ist, dann müsst ihr mir auch das bitte reinschreiben und gebt am besten eine Wunschhöhe mit ein. Ja, weil daran kann ich mich dann eben ein bisschen orientieren. Ich glaube, das höchste ist auch dieses Motiv. Ja, wenn ihr sagt, okay, dieses Motiv soll jetzt lieber 7 Zentimeter hoch sein, dann passe ich alle Produkte so an, dass das eben halt 7 Zentimeter hoch ist. Und automatisch weil ich das dann prozentual mache, erhöhen sich dann die anderen Produkte, also Standsteile eben halt auch. So, jetzt habe ich etwas für die Leute, die gerne, ja weiß ich nicht, Babypartys machen oder aber Kindergeburtstage, die Einladungskarten. Das sind zwei Standsteile, die einzeln kommen. Ja, also da hat man im Set entweder die Möglichkeit, dieses rosafahrene sich in den Warenkorb zu packen oder dieses blaue. Es ist 8,1 Zentimeter hoch. Das sind die Luftballonbärchen, Mädchen sowie auch eben halt Jungs. Und die kann man dann eben halt in der Stückzahl bestellen, in der man sie eben halt braucht. Denn, ja, ich hätte jetzt auch, weiß ich nicht, 5er Sets machen können. Ja, dann kauft man 2x5 und braucht aber vielleicht gerade mal nur 6. Und weiß dann nicht letztendlich, was man mit den restlichen 4 noch macht. Und deswegen dachte ich, bietet sich das hier eben halt besser an, indem ich euch die eben halt als Einzelteile anbieten werde. Ja, und ich denke mal, ihr habt es schon irgendwie mitgekriegt. Es gibt eigentlich immer ein Wischelset. Und wir haben Sommer. Und im Sommer schwören die Bienen durch die Gegend. Und ich beobachte ja auch das Internet so ein bisschen. Und viele stehen eben halt auf Bienen. Und dann dachte ich mir, okay, dann machst du doch eben halt mal ein Wichtelbienen-Set. Oder suchst danach. Und das habe ich dann eben halt auch gefunden. Und das ist das Ergebnis. Was ich allerdings noch sagen muss, ist, dass ich das allerdings erst im Nachhinein eben halt gesehen habe. Hier ist der Rand sehr, sehr groß. Das werde ich noch ändern, weil mir das persönlich selber auch nicht gefällt. Den muss ich noch kleiner machen. Ja, nur damit ihr das schon mal wisst. Der wird auf jeden Fall noch ein Stückchen verkleinert. Wir haben hier in diesem Set 25 Stanzteile. Und da sind alleine schon 2, 4, 6, 7 Wichtel mit bei. Und das höchste Stanzteil ist 6,9 Zentimeter. Und das kleinste von der Höhe ist 1,4 Zentimeter. Ja, was ist dabei außer die Wichtel? Es sind zwei Blumen noch mit drin. Es ist dieser, ich weiß nicht, wie man ihn nennt. Der hat einen bestimmten Namen, womit man eben den Honig so, diesen Honiglöffel, sagen wir mal einfach, es ist ein Honiglöffel. Und dann haben wir drei unterschiedliche Bienengrößen. Die sind auch mit enthalten. Und wir haben auch noch mal ein paar Blümchen mit drin. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das auch gefällt. Ja, und dann kommen wir zum letzten Set. Das sind die Watercolor Regenbogen, Regenbogenlibellen in groß. Ja, da ist die Größe 8,2. Also die größte Libelle ist 8,2 Zentimeter. Und die kleinste ist eben 4,1. Natürlich ist immer noch die Frage, wie lang klebe ich die? Ja, also wie soll ich hier die Maße angeben letztendlich? Weil jeder klebt das eben halt anders. Wenn ich jetzt diese Libelle nehme und sie so messe oder so messe, ist das natürlich ein komplett unterschiedliches Maß. Und jetzt ist natürlich mein verflixter kleiner 1 Cent Stück ist weg. Aber ich denke mal, dadurch, dass ich diese Standsteile auf einen 30x30 Cardstockbogen geklebt habe, habt ihr vielleicht eine ungefähre Vorstellung, wie groß die Teile eben halt sind. So, es sind 13 Stück und sollte ihr daran Interesse haben, sie kleiner zu bekommen für Karten beispielsweise oder aber noch kleiner für ADC-Karten. Auch hier kann ich euch nur empfehlen, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich eine Vorstellung habe und gucken kann, dass ich das eben halt umsetze. Ja, wenn ihr zum Beispiel sagt, ganz oben die blaue Libelle, ja, ich lege die jetzt mal so hin. Die sollen nur eine Breite haben von, weiß ich nicht, 3 cm. Dann habe ich ein Anhaltsmaß und kann gucken, ob das dann noch funktioniert mit dem Schneiden und so. Ja, ich will euch nur Hilfestellungen geben, damit ihr besser, damit die Kommunikation dahingehend dann besser funktioniert. So, ja, das war das, was ich euch für diese Woche präsentieren möchte. Ich hoffe, dass ich es nächsten Freitag schaffen werde, auch wieder was zu präsentieren, weil ich werde jetzt am Wochenende anfangen, den ersten Teil umzubauen, damit die Arbeitsabläufe noch besser werden, weil ich habe natürlich auch vor, euch vielleicht das eine oder andere damit zu präsentieren. Dementsprechend muss ich hier, ja, ich muss einfach hier ein bisschen was umrollen. Dann möchte ich mich nach wie vor ganz herzlich bei meinem Design-Team bedanken. Zwischendurch ab und zu mal oder einmal im Monat wird es auch ein Gastdesigner geben, der, ja, mal was präsentieren wird. Und da freue ich mich auch schon. Ich werde noch nicht verraten, wie es ist, weil wir müssen erst mal gucken, ob das, was ich mir vorgestellt habe, überhaupt funktioniert. Aber ich wollte euch schon mal ein bisschen neugierig machen. Ja, so bin ich. Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr wieder vor den Monitoren sitzt und euch mein Produktvorschau angeguckt habt und wünsche euch ein schönes, zauberhaftes Wochenende bei maximalen Sonnenschein. So wie der Wetterbericht momentan aussieht, sollte das auch bundesweit irgendwie kein Problem darstellen. Also bis dann, euer Kreativwalter.